Wir führen hier in Zell eine Berufstischmesse durch, Zeller, Lauserkalle, Berufstischmesse. Wir wollen hier an der ZLB, an unseren Lernenden, also den Schülern, die Lehrstellen im Hinterland zeigen, was haben wir für tolle Berufe, die wir hier lernen können. Wir haben 63 Firmen, die sich angemeldet haben. Wir haben alle eine tolle Möglichkeit, hier auf ihre Berufe aufmerksam zu machen. So können wir auf einem Fachkräftemangel gegenwirken, wir können hier an den Wurzeln die Schüler abholen. Und alle haben sich toll vorbereitet, diese tollen Stände und alle haben etwas Cooles gemacht. Ich denke, die Vielfalt ist eine sehr grosse Hürde. Es gibt sehr viele Berufe, die Jungen müssen sich irgendwie einschränken. Trotzdem ist es auch wichtig, dass sie ihren Horizont öffnen und sich hier informativ, ohne Vorurteile über die Berufe zu informieren. Es ist ja so, in diesem Alter sind sie sehr jung und die Lebenserfahrung ist noch nicht so gross. Aber aus diesem Grund ist es uns ja auch wichtig, dass wir auch Nachholbildungen anbieten. Also ich denke, man kann mega viel mitgeben, den jungen Leuten, egal als Lernende, wie es in der Lehre selber ist. Ich glaube, kein Eingang als Lernende, gerade an so einer MS, viel den jungen Leuten mitgeben.